Ich lese Medikamente im Test und Hochdruck von der Stiftung Warentest mit großem Ratgeberteil. Ich bin angekommen im roten Kapitel, dem letzten Kapitel und es geht um, das heißt Medikamente bewertet, und es geht um Thiazide und Thiazidartige Diuretika. Thiazide und Thiazidartige Diuretika. Diuretika führen dazu, dass der Körper vermehrt Wasser ausscheidet. Dadurch verringert sich die Blutmenge und das Herzpunkt weniger Blut in den Kreislauf, wodurch der Blutdruck sinkt. Diuretika gehören zu den am besten untersuchten Wirkstoffen gegen hohen Blutdruck. Chlortalidon, Hydrochlor, Thiazid und Idapamid sind geeignet bei hohem Blutdruck. Xipamid geeignet bei hohem Blutdruck mit gleichzeitig eingeschränkter Nierenfunktion. Thiazide sind eine spezielle Gruppe von Diuretika. Zu ihr gehören Chlortalidon, Hydrochlor, Thiazid und Idapamid. Der Wirkstoff Xipamid wird den Thiazidartigen Diuretikern zugerechnet. Sein Vorteil, auch bei schon weit fortgeschrittenen Nieren insuffizient, ist Xipamid noch wirksam. Für Thiazide ist belegt, dass sich die Folgeerkrankungen eines hohen Blutdrucks wie Arteriosklerose, Herzinfarkt, Herzschwäche oder einen Schlaganfall verzögern oder verhindern können. Für Thiazide ist belegt, dass sie die Folgeerkrankungen eines hohen Blutdrucks wie Arteriosklerose, Herzinfarkt, Herzschwäche oder einen Schlaganfall verzögern oder verhindern können. Sie gelten deshalb als empfehlenswert. Wichtig zu wissen. Thiazide werden oft zu hoch dosiert. Geringe Mengen genügen bereits, um den Blutdruck zu senken. Größere Mengen sind nur sinnvoll, wenn verstärkt Wasser ausgeschwemmt werden muss. Zum Beispiel Ödeme bei Herzschwäche oder wenn der Blutdruck nicht ausreichend sinkt, weil zum Beispiel mit der Nahrung zu viel Salz aufgenommen wird. Ein deutlich Blutdruck senkender Effekt tritt meist zwei bis vier Wochen nach Behandlungsbeginn ein. Oft ist er erst nach zwölf Wochen optimal. Wenn Ihnen zu Beginn der Behandlung wegen des niedrigen Blutdrucks häufiger schwindelig ist, sollten Sie nicht aktiv am Verkehr teilnehmen und keine Maschinen bedienen. Alkohol kann die blutdrucksenkende Wirkung verstärken. Thiazide und Thiazid-ähnliche Diuretika verstärken die Wirkung unter blutdrucksenkenden Medikamenten. Thiazide und Thiazid-ähnliche Diuretika verstärken die Wirkung anderer blutdrucksenkender Medikamente. Insbesondere in Kombination mit ACE-Hämmern oder Sartanen sinkt der Blutdruck deutlich ab. Die Mittel können die Haut empfindlicher für UV-Strahlen machen. Das kann sich besonders nach Sonnenbädern oder Solariumbesuch zeigen. Wenn Sie kurzsichtig sind, kann sich diese Sehstörung durch die Anwendung von Thiazid-Thiuretika weiter verschlechtern. Dann müssen Sie Ihre Sehhilfe anpassen lassen. Häufig. Bei mehr als 1 von 100 Behandelten steigt der Blutzucker an. Dadurch kann ein bislang nur unterschwellig vorhandener Typ 2 Diabetes in Erscheinung treten. Insbesondere bei stark übergewichtigen Menschen. Der Blutzucker sollte daher einmal jährlich kontrolliert werden. Wenn Sie Diabetes haben und Insulinspritzen oder blutzuckersenkende Medikamente einnehmen, sollten Sie Ihre Blutzuckerwerte häufiger als sonst kontrollieren. Thiazide und Thiazid-ähnliche Diuretika können einem Kaliumverlust nach sich ziehen, die Störungen an den Nerven, am Herzen und im Stoffwechsel verursachen kann. Eine kaliumreiche Ernährung mit Bananen, Aprikosen, Gemüse oder Trockenobst kann den Kaliumverlust etwas ausgleichen. Lackritz steigert die Kaliumverluste, sodass das Risiko für einen Kaliummangel zunehmen kann. An der Stelle kann man sich ruhig mal den Film Arsen und Spitzenhäubchen ansehen. Arsen und Spitzenhäubchen heißt das Ganze. Wenn Thiazide und Thiazid-artige Diuretika zu viel Kalium ausschwemmen, kann das die unerwünschten Wirkungen von gleichzeitig eingenommenen Digitalispräparaten bei Herzschwäche verstärken. Wie alle Diuretiker lassen Thiazid und Thiazid-ähnliche Diuretika die Blutspiegel von Lithium, in Klammern bei manisch-depressiven Störungen, ansteigen. Stärkere Nebenwirkungen können auftreten. Die Wirkstoffe sollten Sie nicht gleichzeitig anwenden. Zusammen mit nicht-stereodalen Antirheumatika wie zum Beispiel Ibroprofen oder Idomethazin, in Klammern bei Schmerzen und Rheuma, steigt das Risiko, dass sich die Nierenfunktion verschlechtert, bis hin zu akutem Nierenversagen. Thiazide und Thiazid-artige Diuretika ähneln Sulfonamiden, mit denen Harnwegsinfektionen häufig behandelt werden. Wenn Sie gegen Sulfonamide allergisch sind, dürfen Sie diese Diuretika nicht einnehmen. Wenn Sie hohes Fieber und Schüttelfrost bekommen, sollten Sie unverzüglich den Arzt rufen. Und wenn Sie Blut im Stuhl oder Urin feststellen oder Kaffeesatzartig erbrechen, müssen Sie umgehend den Arzt aufsuchen. Beides weist auf eine gravierende Störung der Blutbildung hin. Die Mittel können in seltenen Fällen die Leber schwer schädigen und eine Gelbsucht auslösen. Wenn sich die Haut gelb färbt und Sie zusätzlich einen starken Juckreiz am ganzen Körper verschwüren, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Bei Kindern erfolgt die Dosierung der Diuretika nach dem Körpergewicht. Hydrochlorothiazid sollte aber bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wegen mangelnder Erfahrung nicht angewendet werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit Alle Diuretika sind in der Schwangerschaft möglichst zu meiden. Ist dennoch eines erforderlich, kann Hydrochlorothiazid eingesetzt werden. Bestenfalls sollte der Arzt aber, wenn möglich, auf andere Arzneimittel umstellen, etwa Methyldropa. Bei stillenden Frauen hemmen Diuretika in hoher Dosierung die Milchbildung. Deshalb sollten Sie während der Stillzeit möglichst keine Diuretika einnehmen. Wenn aber ein Diuretikum dringend erforderlich sein sollte, kann Hydrochlorothiazid in der geringstmöglichen Dosis eingesetzt werden. Für ältere Menschen Diuretika müssen bei älteren Menschen so niedrig wie möglich dosiert werden, damit der Körper nicht austrocknet. So, es geht weiter mit zwei Diuretika. Tschüss.